Wer schneller macht? Oder schöner? Schneller oder schöner? Boah, ich habe echt keinen Plan, ne? Ich hatte mal einen. Ich finde es cool, dass wir das machen. Mal so was Lustiges. Nicht immer ernst. Da haben wir wahrscheinlich das Beste, glaube ich. Fängt es jetzt gleich an, mit Einpacken. Aber erstmal gucken. Welche Tretter sind es? Okay. Scheiße. Das ist zu klein. Ich hoffe, bei dir auch. Bei mir ist es top. Bis dahin ist es gut, aber jetzt... Ist es peinlich? Junge! Sieht krass aus, ne? Wie kriegst du es hin? Mein Tesafilm ist... Jetzt weiß ich, wieso ich eine Mutter habe. Gibt es irgendwelche Tipps? Ja, aber ich... Es muss ja schön aussehen. Aber ich sag ja, ich konnte es früher mal. Ich konnte es noch nie. Sieht krass aus, ne? Bis jetzt. Bist du schon fertig? Nein. Du? Hey, was schaust du ab, Mann? Ohne Schummeln. Ich gebe es auf. Wie habe ich das jetzt gemacht vorher? Das sieht doch schon gut aus. Nein. Kann ich das jetzt noch... Hast du es hinbekommen? Ja. Ich nicht. Ich bin zufrieden mit Durchgang 1. Ich auch. Ja, ich glaube, Tim hat gewonnen. Wieso kannst du das? Sag ja, früher konnte ich das. Da hat sich was festgesetzt. Aber ich würde es... Ich würde es verschenken, so. Du musst es so drehen. Was? Zu oft Bonbon-mäßig musst du es so drehen. Wenn du es nicht schöner hinbekommst. Ach so. Ey, du hast mir jetzt einen guten Tipp gegeben, Timi. Kein Ding, ich mache Fairplay. Schau mal, das steht sogar noch richtig rum drauf. Jetzt mal ehrlich, wieso kannst du das? Ich habe eine große Familie, da habe ich früher viel verpackt. So wollte ich es eigentlich auch hinkriegen. Ei, ei, ei. Okay. Alle drei gleichzeitig. So einer legt direkt los wie die Feuerwehr. Alter, das wird was. Die sind fies, weil die nicht so schön liegen wie der Karton. Ja. Schon die ersten Ausreden. Also ich würde sagen... Naja. Na. Ich bin fertig. Nein. Ist jetzt zwar nicht so schön, aber... Du kannst mal in der Kamera präsentieren, die Hinterseite hätte ich gerne. Hinterseite. Ja, ja. Das ist auch hinten, ja. Okay, drehen wir um. Timi, seines ist schon wieder besser, aber... Ich bin schneller. Ich rommelasse einfach. Seines ist schöner. Ja, okay. Die werden gleich aufgemacht. Deswegen gibt es nicht viel drumrum. Einfach aufmachen. 1 zu 1. Also 3 zu 1. Oh. So. Timi. Oh. Stark. Haben wir doch. So. Eieieieiei. Was ist? Oh. Jetzt. Mit Skill. Ah. Fällt mir nicht. Das wird wieder nichts. Ah, doch. Oh. 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 Auch gleich. Der gewinnt keiner den Schönheitskreis glaube ich. Dankeschön. Nein, du bist auch fertig, ich muss auf Tempo gehen jetzt, also ich habe nichts gewonnen. Doch, der ist schöner leider, ich muss per Play machen, bei mir ist wenigstens zu, also 4-5-2, aber sieht man nicht. Noch mal zusammenfassend, Runde 1, 2-0, dann 1-1, jetzt wieder 1-1. Heißt Gesamtsieger? Nicht ich, ich muss mich geschlagen geben, nicht meiner Mutter. Ja, mein Bruder wird sowas bekommen, das könnte ich ihm geben ohne schlechtes Gewissen. Meiner Mutter müsste ich schon was Schönverpacktes geben. Und die Trikots, Trikots kann man an die Familie verschenken. Handy schenkt sich für jedes? Ja. Na ja, das ist, guck mal hier. Da geht's. Na ja, okay, ist schon gut. Meine Punkte. Das war's. Das war's. Das war's. Danke, wo Manns. Danke, wo Manns. Da geht's. Stefan